Die geheimnisvollste Serie aller Zeiten... Wie konnte das alles passieren? ...kann nur dort zu Ende gehen, wo sie ihren Anfang nahm. Wir müssen wieder zurück! Alle Ängste, alle Hoffnungen, alle ungeklärten Fragen verschwunden in den Fluten des Meeres. Sie misst euch. Alle, die nach Antworten suchen, müssen dorthin zurück, wo sich ihr Schicksal erfüllen wird. Hier finden sie nur den Tod. Der Anfang vom Ende beginnt hier und jetzt. Lost, die neue Staffel. Ab 21. Januar bei Kabel 1. Ab 22. Januar bei Kabel 1. Januar bei Kabel 1. Dirk 2. Januar bei Kabel 1. Dirk 2. Januar mit Kabel 2.